Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil zu unserem wundervollen Thema Hausautomatisierung. Wir haben jetzt unseren Temperatursensor hinzugefügt, wir kriegen hier wundervolle Verläufe von der Temperatur und so weiter. Und nun sieht das Ganze so aus, dass wir das natürlich ja nicht nur an unserem Heimnetz sehen wollen oder an einem anderen PC. Wir können es ja jetzt auch seit der letzten Folge, da haben wir dynamischen DNS eingerichtet. Wer es nicht geguckt hat, in der Videobeschreibung nochmal der Link zur Folge davor. Wir wollen das natürlich jetzt auch am Handy uns anschauen. Und damit wir das Ganze am Handy anschauen können, gibt es eine Home Assistant App dafür. Diese Home Assistant App kann man ganz einfach über den Play Store installieren. Ich habe mir jetzt so einen HDMI nach USB-Typ-C Adapter gekocht. Ich habe es oft und lang probiert, ich bin schier ausgeflippt. Das hat irgendwie nicht funktioniert, nicht vernünftig, dass ich das aufnehme am Handy. Der war immer Ton und Video versetzt. Es gibt diese Home Assistant App, also einfach oben Home Assistant suchen im Play Store. Dann kriegt es direkt diese App hier vorgeschlagen. Klickt auf Install und schon wird die App heruntergeladen und installiert. Und wenn dies fertig ist, einfach die App öffnen. Und dann können wir schon irgendwas hinzufügen, wo wir gerne uns hin verbinden möchten. Wir geben zuerst unsere IP-Adresse ein, die wir uns vorher überlegt haben, die ihr im DIN-DNS eingegeben habt. In meinem Fall war das jetzt YouTube-Test. Wichtig, HTTPS davor mit eingeben. Wenn wir diese Adresse eingegeben haben, wäre das die Adresse, wo das Handy von außen, wenn es außerhalb unseres Heimnetzes ist, auf unseren Home Assistant zugreifen würde. Wir müssen nun noch unseren Benutzernamen und das Passwort eingeben und bestätigen das Ganze mit Next. Jetzt versucht er sich anzumelden. Er fragt euch jetzt noch, ob ihr Permissions geben wollt, also Rechte geben wollt, um GPS und so freizugeben. Das könnt ihr dann mal später machen. Ich überspringe sie, indem ich rechts unten auf Finish klicke. Da geht es darum, dass das Handy zum Beispiel erkennen würde, die App erkennen würde. Ihr fahrt gerade von der Arbeit los, schaltet schon mal die Kaffeemaschine daheim ein oder sowas. Wir überspringen sie, ich klicke einfach auf Finish. Und wie man jetzt wundervoll erkennen kann, wir haben sowohl auf der Handy-App hier, als auch hier auf unserem PC schon mal die gleiche Ansicht. Das ist schon mal sehr toll. Was jetzt allerdings passiert, er greift permanent über diese dynamische DNS, also über das Internet, auf Home Assistant zu. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen gehen wir jetzt ganz zuerst mal auf die Einstellungen. Wir klicken da links oben auf die drei Striche, kriegen dann die Einstellungen, gehen auf App Configuration, ganz unten, das dritte von unten. Und nun gibt es diese Home Assistant URL hier oben, die wir eingestellt haben. Und jetzt können wir hier unten verschiedene Wi-Fi-SS-IDs vergeben, also WLAN-Zugänge. Und wenn er dann sieht, er ist in diesem WLAN drin, verwendet er statt oben diese YouTube-Test, in meinem Fall jetzt, verwendet er die IP-Adresse, die wir jetzt dann unten gleich eingeben können. Ich gebe jetzt mal einfach das WLAN an, mit dem ich aktuell verbunden bin. Das heißt jetzt in dem Fall ganz rudimentär ehaio, auf Groß-Kleinschreibung bitte achten, wichtig bei WLAN. Und nun könnt ihr hier eure Adresse von eurem Home Assistant eingeben, was auch immer der für eine IP-Adresse bekommen hat. In meinem Fall jetzt http Und nun verbindet er sofort, sobald ihr in diesem WLAN verbunden seid, über euer Heimnetzwerk mit eurem Home Assistant. Das heißt, wenn ihr mal kein Internet habt oder sowas, könnt ihr trotzdem praktischerweise auf euren Home Assistant zugreifen. Jetzt, ab diesem Moment, sollte er auch schon über das WLAN drauf zugreifen und direkt die Verbindung zu Home Assistant herstellen. Was gibt es jetzt sonst noch zur App zu sagen? Wie gesagt, ihr habt auf der App dieselben Einstellungen, wie ihr sie auch hier auf dem Desktop am PC habt. Wenn wir mal auf die App-Configuration weiterschauen, könnt ihr dem Gerät einen Namen geben. Mit diesem Namen könnt ihr dann in Home Assistant arbeiten. Da könnt ihr dann sagen, in dem Fall jetzt, wenn VOG-L29, könnte jetzt Handy-Hannes oder so nennen. Wenn dieses Gerät da ist, soll zum Beispiel immer die Kaffeemaschine an sein oder wenn das Gerät weg ist und noch ein Fenster auf ist, dann soll eine Warnung ausgegeben werden, dass eben ein Fenster offen gelassen wurde. Dafür wäre das da. Dann gibt es eben dieses zonenbasierte Tracking. Das kann man hier einstellen, dass ihr euch entsprechend irgendwelche Automatismen ausführen könnt, wenn ihr entsprechend irgendwo seid oder irgendwo losfahrt oder irgendwo nicht seid. Läuft dann auch im Hintergrund, braucht, glaube ich, dezent etwas Akku. Deswegen habe ich es grundsätzlich deaktiviert. Solltet ihr irgendwie ein Tablet oder so an die Wand klatschen wollen, um irgendwelche Dinge zu machen, es können so, keine Ahnung, irgendwelche Szenen einzuschalten, Fernsehszene oder jetzt regnet Szene oder ich fahre gerade weg, Lockhe das Haus Szene, könnt ihr das mit diesem Fullscreen relativ schön darstellen. Da wird die App im Fullscreen gestartet. Da habt ihr dann einfach eine schöne nahtlose Oberfläche, die gut aussieht, wenn das am Tablet an der Wand hängt zum Beispiel. Lock App. Man kann die App nach einer gewissen Zeit hier unten, Session Timeout, einfach locken, dass nicht jeder die App bedienen kann. Dann gibt es natürlich dieses Use Biometric or Screen Lock Credential to Unlock App. Da wird er jetzt in dem Fall dann die App wieder freischalten, wenn er eben nach einer gewissen Zeit ausgelockt wurde. So, rein aus App-Sicht sind wir jetzt soweit durch. Was wir jetzt aber noch behandeln müssen, weil wir sind zwar alles Gutmenschen, wir gehen immer vom Besten aus, aber es ist halt vielleicht ab und zu mal nicht so. Wir haben unsere Benutzeroberfläche, die wir momentan noch unverschlüsselt von unserem Heimnetz aus betreiben, HTTP, Port 8123, rein Text wird da übertragen. Also da kann es sein, dass jemand unser Passwort mitliest, wenn er im Netzwerk hängt. Und gerade beim WLAN hätte ich da jetzt ein bisschen Bedenken. Deswegen Not Secured. Da schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal schnell an und konfigurieren das Ganze so, dass wir auch da auf der sicheren Seite sind. Wir gehen also auf unseren Supervisor, gehen auf unser NGINX-Plugin, das wir installiert hatten, und wählen dort oben die Konfiguration aus. Aktuell NGINX geht auf diese dünne DNS-Domain, die wir eingetragen haben, youtube-test.ddns.net, die ihr halt euch selber ausgewählt habt. Und da geben wir jetzt noch eine zweite Adresse dazu, Komma, in dem Fall die Adresse, die wir oben von unserer Fritzbox kriegen, die IP-Adresse, die euer DHCP-Server euch gibt. In dem Fall 172.16.15.167. Wir speichern das Ganze und fragt uns jetzt noch, ob wir das Add-on neu starten wollen. Müssen wir, sonst funktioniert es nicht. Sobald das Add-on neu gestartet wurde, sieht man in den Logs drin, Running NGINX, das geht sehr schnell, können wir hier oben HTTPS, dann die IP-Adresse und dann nicht mehr 8.1.2.3, sondern einfach so, wie es jetzt da steht, HTTPS, eure IP-Adresse vom Home Assistant und dann seid ihr eigentlich schon drin. Ihr müsst noch kurz hier bestätigen, es ist halt kein zertifiziertes Zertifikat. Man muss halt einmal sagen, ja, okay, ich will trotzdem damit verbinden, ich weiß, was ich tue und dann können wir uns wieder hier mit unseren Zugangsdaten ganz normal einloggen, sind jetzt hier zwar mit einem roten Schloss, weil es eben kein zertifiziertes, kein richtig gültig Geldkosten Zertifikat ist, sondern ein normales, selbst ausgestelltes Zertifikat ist, aber die Verbindung ist jetzt verschlüsselt. Man braucht da jetzt auch keine Angst mehr haben, dass man abgehört wird bzw. dass das Passwort ausgespäht werden könnte, wenn man im internen Hausnetz unterwegs ist. Diese Adresse stellen wir dann natürlich auch bei der App richtig ein, also bitte dann auch jetzt bei der App von HTTP und hinten Doppelpunkt 8123 auf HTTPS umstellen. Ja, das war es soweit. Das waren jetzt eigentlich so die wichtigsten Punkte, die ich so auflisten wollte für euch, gerade Sicherheit, Verschlüsselung ist nicht unkritisch. Das nächste Mal gehen wir dann, wir sind jetzt mit Schwender auf fertig, das kann ich jetzt quasi noch fertig konfiguren und ein auslieferndes System. Wir gehen dann mit meinem EHIO Home Assistant weiter, schauen uns mal Szenen an, schauen uns mal Automatisierungen an. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt dazu, einfach in die Kommentare reinschreiben, ich versuche das dann zu beantworten. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank für die Abos, die ihr mir auch brav hier lässt und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder zum Thema Hausautomatisierung. Bis bald, danke. Vielen Dank.